Nein, ich werde in oder nach diesem Sommer, wann auch immer das sein, werde ich nicht als möglicher Bundestrainer zur Verfügung stehen. Warum passt das im Moment nicht in Ihre Lebensplanung? Weil ich habe noch einen 3-Jahrs-Vertrag bei Liverpool im Sommer. Schon eine ganz einfache Aussage. Also eine ganz einfache Situation. Also man unterschreibt Verträge und im Allgemeinen versucht man sich daran zu halten. Abonnieren pharmacien разв Untertitelung des ZDF, 2020